Seelsorge auf Festivals. Die Kirchen in Deutschland bieten auch auf vielen großen Musikfestivals ihr Angebot der Seelsorge an. Pastor Max Bode hat ein offenes Ohr für alle Sorgen und Probleme der Musikfans. Und das wird auch oft angenommen, denn gerade Musik kann schnell mal auf die Stimmung schlagen. Der häufigste Fall ist tatsächlich genau, dass das ein Lied irgendwie triggert und dann halt die Personen jemanden brauchen, um darüber zu reden. Aber das Schöne hier ist eben auch, dass es halt nicht nur die, in Anführungszeichen, Hardcore-Fälle, wo es halt richtig ins Eingemachte geht, sondern eben auch die kleineren Problemchen angesprochen werden können. Stress mit den Zelknachbarn, Streit mit der Freundin oder einfach mal nett quatschen. Um die 100 Gespräche führen Bode und sein Team an einem Festivaltag. Helfen können sie auch in wirklichen Notfällen. Also auch für die richtig klassischen Notfallsituationen bin ich ausgebildet als Notfallseelsorger und könnte die halt auch oder kann die halt auch betreuen. Aber das Schöne ist hier, dass wir halt ein großes Team sind. Also das heißt, dass hier nochmal andere Seelsorger da sind. Es ist einfach auch gut zu wissen, dass wir hier die Last nicht alleine tragen müssen, sondern dass es halt einfach viele Schultern gibt, auf die es dann aufgeteilt werden kann. Die Festivalseelsorge gibt es auf vielen großen und kleinen Festivals in ganz Deutschland. Vom Wacken Open Air bis zum Hütte Rockt. Die Gespräche sind immer vertraulich.